Viper ist jetzt natürlich auch dabei, ähm, ja, nicht natürlich, aber ist dabei, das ist schon mal nicht schlecht, so, Autozauber, Giftverstärkung, Passiv, Passiv, Alter, Zieleinheit, Autozauber, ich glaube, den kann man ein, hä? Einmalige Angriffseffekte lässt sich mit Verbindung mit einem einmaligen Angriffseffekt nutzen, okay, Mist, zu spät. Heißt, no, dann yes, soll ich mal entscheiden, okay, dann hoffen wir doch mal auf ein bisschen, ähm, Hm, mit diesen Schuhen, ich weiß nicht, was ich damit machen soll, aber, ja, ist keine Ahnung. Die Axt ist auch nicht schlecht. Moment, man sieht ja immer, ob die, zwei passive, zwei aktive, okay. Okay, nochmal, jetzt will ich den Schaden zu übersehen, auf den fehlenden Lebenspunkten der Gegner, jetzt will ich den Schaden verdoppeln, das ist für jeweils 20% fehlende Lebenspunkte. Mhm. Das ist nicht nah, dass wir umweltbar aufhalten, diesen Schaden zu über, jetzt nehmen wir etwas Resistenz gegen Magie. Auch nicht. Schaden für meine Gegner ist doch Angst. Obwohl ich recht langsam bin, muss ich ehrlich sagen. Also, langsam zu Fuß ist ein bisschen, naja. Ähm. Overseen. Oh. First Blood. My Glider. First Blood. I've still got it. Yes. I fly the nest. Tja. Swoop the battle. Gift, Gift, Gift. Hm. Hm. Na man, der erste Kill ging auf unser Kontos. Manchmal wird gesagt, der erste Kill ist entscheidend. Wer ihn macht und wie er ihn macht. Ähm. Also, welche Seite ihn macht und wie er gemacht wird. Aber das ist natürlich nur... Spinnerei. Nei. Ah. Unser Witch-Doktor. Nein. Das ist irgendwie sehr. Feuer Priester oder was das darstellt. Ja, war das Vorlocken. Stimmt doch gar nicht. Fehlt doch gar keiner. Und er ist drauf. Ich brauche auch jedenfalls Bewegungsgeschwindigkeit ein bisschen mehr. Aber ich muss eine Hand auf Geschwindigkeit brauchen. Die Möglichkeit wäre jetzt nicht unbedingt schlecht. Na komm, dass eine Schlimmende getroffen wird. Der Schaden wird ja nur aufgeteilt. Ja. Ich bin tot. Okay. So, hab ich ja gar nicht nachgeguckt gehabt. Oh, schön. Piratenkönig. Ne, Piratenkäpt'n. Ich bin gar nicht auf König. Okay. Okay. Ist klar. Ist ein Sandsturm. Ist schon nicht ganz so ohne. Vor allem ist, wenn wir hier ein Snackbau auf der Lane. Da müssen wir nicht aufpassen, wenn es dann hier um Lowlife geht. Was hat der sich denn schon wieder geholt? Was kauft man sich denn am Anfang so viel? Hm. Wird schon seinen Grund haben. Lassen wir ihn doch mal ein wenig. Witzschwitz sein. Gut, das ist doch mal schön. Der schützt sich gerade selbst mit der Normalität. Woher ist der Piraten? Oh. On my way to a one-by-kill. Huch. Das ist missen. With malicious intent. So. Ja, den hab ich eigentlich noch ganz gut. Stimmt, das war vom Gegner, das ist ein bisschen übel. Da sollten wir aufpassen. Okay. Mist. Mist, 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 Mist. Ich glaub, ich hab ihn. Ich glaub, ich habe ihn. So, jetzt würde ich sagen, schleich ich mich mal, damit's nicht so auffällig ist hier runter. Und besorg mir mal ein bisschen Leben. Ja, komm schon. Noch ein bisschen. Vielleicht krieg ich ihn da mit. Aber, ja mal. Mal sehen, ich glaub, bekommen hab ich ihn nicht. Okay. Hab ich grad einen dritten gesehen? Hier drüben drin. Wir haben zu viele hier. Wir haben definitiv zu viele Gegner hier. Oder vier. Nachdem. Weiß man ja nie. So, genau. Komm schon. Den können wir kriegen. Schock ihn doch. Ein Schuss noch. Komm schon. Ich dachte schon, das wär für mich. Nee, war's aber nett. Schade. Ich bräuchte gleich eigentlich mal bessere Schuhe. Das wär so ein Argument, was ich grad mal bräuchte. Missing bottom. With malicious... Missing top. Hm. Okay, der ist schon wieder da. Ich könnte wahrscheinlich durch die Büsche angreifen. Mittel ist missing. Over soon. Hm. Für die Treppe. Ja, komm schon. Ich krieg ich... Wenn ich noch ein bisschen schneller wär, und noch ein bisschen Weichweite hätte. Ja, ha! Ich vergesst die Bait und Fiber. Das macht... Das stört mich, dieser kleine Scheiß. Da haben wir doch hier eher weniger. Middle is missing. Over ahead. Ich soll trotzdem aufpassen. Ah, Schuhe wollte ich mir holen. Schuhe kann ich mir ja auch hier unten holen. Ready or not. Ready or not. Ready or not. Trust ahead. Hm. Okay. Wo sind sie? Da sind sie. Schuhe. I shall I into a rage. Hm. Habe ich sie alle verküftet? Glaube ich doch letztendlich, oder? Middle is missing. Ja. Okay, kein Mana mehr. Da muss ich mir jetzt noch was ausdenken. Wie sieht's hier eigentlich aus? 125 Mana-Regeneration. 125 Prozent. Vielleicht sollte ich mir da noch was holen. Ein bisschen mehr Heidung schadet ja nie. Können wir da mal sehen. Okay, da halten wir uns mal einigermaßen raus. Kein Mana. Das ist schlecht. So ne Mana ist alles irgendwie total bescheuert. Okay. Das ist so stark, ja? Ähm. So, jetzt geht's erst mal zurück. Und dann gucke ich mal, was ich hier daraus machen kann. Ähm. Die Maske führt wieder zu dem Ring. Ähm. Ansonsten. Was ist denn so? Okay. Gift, Splash-Schaden. Obwohl, ich wollte ja eigentlich nur mal gucken. Der hier. Ich ziehe es mal weg. Auf, weg da. Ich ziehe es in der Rage. Ähm. 150. Jetzt meint man, der wird leben Frauen tut er aber nicht. Bewegungstempo-Intelligenz. Das hier. Rüstung. 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 Und vielleicht nicht. Vielleicht eher sowas. Naja. Ich sollte vielleicht erst mal gucken, dass ich hier. Oh, Moment. Die kriege ich doch hier unten. Jetzt habe ich mich die ganze Zeit hier mit beschäftigt. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ja. Damit habe ich zumindest schon mal schnelle Schuhe. Plus Angriffsschaden. Nein, 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 nein. Jumia ist extra Schuhe geholt dafür. Ach, das ist ja nur so ein gerufenes Monster. Aber von wem? Ähm. Okay. Magie-Resistenz ist auch immer schön. Ich glaube, jetzt habe ich alle vergiftet gehabt. Wow, ich habe sowas von Glück gehabt. Ich habe sowas von Glück gehabt, dass Sniper mich gerade nicht angepeilt hat. Ich komme nicht mehr wirklich. Schade. So, was gibt es hier noch? Hm, warum nicht? Schaden im Champion. Das hat ja jetzt mal überhaupt nichts gebracht. Ich habe ihn doch schon gleich. Hm, der stirbt noch. Hoffentlich. Doch nicht. Hm. Danke, Sniper. Schaden durch Schlafschancen durch Schlafs-Schaden. Naja, ist vielleicht auch nicht gerade das Richtige. Was war hiermit? Och, wieso nicht? Wieso ein Läffchen? Das ist doch eigentlich gar nicht schlecht. So, ich bin da. Das Problem ist jetzt die Sichtbreite, ja? Ich werde schnell ganz gehen. Okay, ich kriege alles, was ich dafür brauche. Hier. Ich werde erst mal Schaden im Tempo aufbissen. Ja, ansonsten, vielleicht verkaufe ich die Axt auch noch. Mal sehen. Was, da kannst du natürlich jetzt nicht viel machen. Ich glaube, ich verkaufe die. Kann ich die verkaufen gerade? Hm. Ja, ich bin reich. Okay. Es gibt Seile. Ich kann dem schon mal ein bisschen was abgift verpassen. Und dann steckt er zumindest mal schneller. Ja. Mega-Kill! Mega-Kill! Oh, ich hab einen Mega-Kill. Like a sick-bitten mouse. Schön. 15 mal so einen Mega-Kill. Ähm. So, Sniper sollte uns nicht anpeilen. Oh, der Einzige, der bei denen noch lebt, ist Sniper. Sehr interessant. Okay. Aber ich kann mir schon das Nächste kaufen. Hm. Die Minderhaltung ist okay, also. Kann man sich nicht beschweren. Ja, ja, ja. Ist gut. Bleib mal auf dem da. Ich glide an. Hm. Oh, hey. Tick, lad. Bisschen mehr Leben wäre natürlich auch eigentlich nicht schlecht. Bisschen mehr Leben ist Regeneration. Dafür habe ich auch schon eine Idee. Ähm. Habe ich auch schon eine Idee. Okay, da hole ich mir vielleicht nochmal den Ring. Mach da draußen Refresh-Orb, um es klein zu halten. Ich weiß ja nicht, was das für eine Idee bei dem war, aber... Okay. Okay. Ist er tot? Das Problem ist, wenn der mich jetzt noch anpackt, gepeilt hätte, hätte ich ein Problem bekommen. Okay. Auch Juggler-Naut, den habe ich heute noch gar nicht gesehen. So viel dazu. Dann Lebensregeneration. Ich fliege. Dann kommt dann noch der zweite Ring dazu und dann das Rezept für den Refresh-Orb. Und dann bin ich da schon mal auf jeden Fall durch. Okay. Sniper sollte mich jetzt auch wieder nicht erwischen. Aber er kann natürlich jederzeit auftauchen, ist das Problem. Unleavened Wind. Nieder ist nichts. Stimmt. Ich auch nochmal ein Typ drinnen hier. Bescheid geben. Okay. Ah, das war unser. Okay. Das Problem ist, jetzt muss ich weg. Und ich glaube, wenn ich weg habe... Moment. Nein, nein, nein. X, 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 X. Ja. Alter, vielleicht hat mich der Schuh gerade gerettet. Und mich verfolgt noch jemand. Ich bin aufgehoben. Oh, was ein Glück. Ich bin aufgehoben. Wieso zum Teufel können wir mich so weit verfolgen? Ich bin aufgehoben. Ich bin aufgehoben. Vor allem, wie hat... Wie hat Sniper mich da gefunden? Ich bin aufgehoben. Ich bin aufgehoben. Oh, jetzt habe ich sie abgelenkt. Und die anderen sind durchgebrochen. Wow. Das war knapp. Ruf mit das. Dann Refresh Orb. 1800. Okay. Okay. Wie läuft es aus, dass ich sechs Leute umgelegt habe? Das ist ja schon traurig, dass ich nicht bei den anderen wäre. Schade, dass sie es jetzt so schnell beenden. Ich meine, es wird ein Spielen. Eventuell unter 20 Minuten. Okay. Alter, das ging wirklich nicht schnell. Und ich habe Weiber im ersten Spiel geschafft. Ich habe ein Secret gefunden. Vango Spirit. 15 Kills. Alter. Hm. Hm. Ich hätte doch ein bisschen mit den anderen unterwegs sein sollen. Da hätte ich ein bisschen mehr abgreifen können. Schade. Schade, schade, schade. Das ist natürlich schön... Komischerweise ist es doch recht hoch. Hier natürlich. Die... Kills. Das setzt eben die Statistik runter. Leider. Leider. Könnte natürlich auch dazu führen, dass mich irgendwer unterschätzt oder was. Aber... Ähm... Hm. Naja, gut. Also wir sehen uns dann im nächsten Spiel mit... Eventuell natürlich nur... Queen of Pain. Das sind 2,3 Versuche bei Queen of Pain. Da sollte ich die mir wohl mal durchlesen. Also durchlesen. Nächste runter. Bis dann.